Naja, ich schätze mal, es wird noch ein Kampagnen versus kommen dann irgendwie und äh... Was nehme ich denn? Extra Leben und 5 Gesundheit? Haben wir schneller Nachladen jetzt noch mitgenommen. Vitamine? Ja, meine Schöne. Was geht ab? Ich glaube, ich nehme noch eine Salbe mit jetzt. Okay, wir können einkaufen. Ich nehme auf jeden Fall hier mal noch ein Schmerzmittel mit. Und ja, Munition. Dann kauf ich verbesserte Unterstützungsgegenstände fürs Team. Irgendwie gibt es jetzt aber nicht so waffenmäßig was geiles, ne? Ist irgendwie schade. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt immer so ein Buch. Boah, da kommt jetzt schon ein bisschen was angewackelt. Ebt dem Affen Zucker. Was hat der für ein Geräusch gemacht, ey? War so ein Partyinfizierter. Einer war bei der Schaukel. Hier ist irgendeine Kiste. Ich mach mal auf. Hier ist mega viel Geld im Auto. Boah, hier sind richtig viele Tabletten. Wer Tabletten braucht. Da drüben ist viel. Warte mal, ich markiere es gleich. Ich gucke nur hier. Gerade ist angefangen. Hier. Das ist ein Mads. Falls jemand Mads haben will. Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr. Ich probiere mal ein Scharfschützengewehr. Ich glaube gegen, ähm, hier so dicke ist es richtig geil. Weil du dann so schön rausfischen kannst. Ich glaube, da macht das richtig Laune. Alter, was steht denn da unten in den Untertiteln? Ja, ja, manchmal stehen da komische Sachen. Und der Mann redet auf einmal Englisch. Ja. American Boy. Warum brenne ich jetzt? Warum brenne ich jetzt? Keine Ahnung. Es geht... Es ist unglaublich. Ich hab mir den Dicken weggeholt. Es gibt in dem Spiel auch ein paar ganz witzige Easter Eggs. Eins haben wir ja gestern schon im Stream gefunden. Ich glaube, das ist die Mission. Ja, stimmt. Die Notierten haben sich, verändert sind, mutiert. Ich wiederhole, Evansburg ist verloren. Evansburg? Keine Überlebenden. Ja, aber wie kann sie das denn sagen? Achso, jetzt. Okay, verstehe. Das war ihre letzte Botschaft, da hat sich die Fresse... Da oben gibt's Karten, da oben gibt's Karten. ...weggeschootet. Wollen wir hier legt ne Shotgun rum, falls jemand einen haben will? Hier oben gibt's Karten. Laufen und Schießen, Beweglichkeit. Du kannst schießen, während du sprintest, ne? Ah, ich nehm's mit. Da ist Geld im Zelt. Guck mal hier. Doch, irgendwelche alten Pfadfinder noch berappen. Hier ist zufällige Standardkarte noch. Alter. Karte aktiviert, Gesundheit. Gesundheit. Checken die das da hinten? Benig und Zonk. Kommt ihr mal, hier gibt's... Die haben... keine Ahnung. Ah. Die fahren hier grad ihren eigenen Film. Eine Karte zu haben wäre nämlich echt praktisch. Ja, aber die mähen durch. Boys mähen durch. Hier liegt nur ne Kiste. Vorratskiste. Alter, hier ist es zu dunkel. Es gibt leider keine Taschenlampe so an sich. Wird auch nur gegrieved. Alles wird weggegrieved. Da hast du randoms. Du griebst alles weg. Ich hab gar nix gegrieved. Guck mal hier wird mir eben grad die Munitionskiste auch von der Nase weggegrieved. Oh oh. Oh oh. Noch ein Sprung ins Ungewisse. Ah, Blocki. Der Kalenderspruch, Oma Kreis. Ja, Mutti mag das. War das nur ein Schatten? Da, guckt! Da, guckt! Ja, was denn? Hier ist nochmal Muni vielleicht. Braucht hier jemand? Keine Ahnung. I don't know. Mist, kann ich nicht holen. Ich bin hier um Vögel zu erschrecken. Ich sammle Kupfer. Hier sind Vögel. Guck mal, ich lass hier sogar... Ich lass hier in Frieden. Achtung, Vögel, sag ich. Nur für dich lass ich jetzt ausnahmsweise mal die Vögel in Frieden. Waffe. Aber da ist vielleicht Loot bei den Vögeln. Wieso sollte der Loot sein? Weil die ab und zu wirklich auf Loot drauf sitzen. Ja, aber kann der Loot jetzt gerade so vorteilbringend sein? Vielleicht, ich weiß nicht was es ist. Ich hab keine Ahnung. Ich bin nicht allwissend. Also Scharfschützen wird auf jeden Fall nicht meine Klasse. Boah, liegt da unten viel Geld drin. Boah, Nox. Also eine Rohrbombe? Hier unten ist super viel Geld drin. Rohrbombe, finde ich, ist sogar das beste, weil die Rohrbombe lockt ja an. Alter, da ist nochmal Karten. Schöne Pickgun hier. Wer damit? Pyro-Offensive, 100% Feuerschaden, Feuerwiderstand. Oh, das kann ich für meine Waffe gut gebrauchen hier. Magazinerweiterung. Nice. Boah, nice. Sehr geil. Pickguns mitnehmen ist immer gut. Ey, 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 ich werd hier grad von den Zombies zerkratzt. Die kommen jetzt hier kräftig hoch, ne? Ja. Die haben angezündet, die Sau-Bande. Sondern hier, Barretta, Genauigkeit, Beweglichkeit, aber macht... Ne, ist egal, nämlich die. Oh, Molotow ist aber auch echt, echt geil. Na komm, hier, ich geb noch einen aus. Na, ihr kleinen Pisser. Der wollt mich schlecken. Na kommen sie. Jetzt gibt's Ärger, ihr Widerlinge. Guck mal wie sie da runterfallen. Scheiß. Boah, schön, schön. Das meine ich, Rohrbombe ist richtig lässig. Weil die so ein bisschen wie ein Älbchen ist. Das Ding aber hier, aber... Oh, wow, da kommt noch welche hochgewackelt. Unten. Ja, hier am Treppenaufgang ist grad so ein bisschen... Hier ist noch Kupfer. Ah, da kommt noch mal ne Welle. Oh, da hinten ist Dinger. Der ist irgendwo hochgesprungen. Ich hör ihn irgendwo. Guck Gun. Hier unten ist nochmal, glaub ich, ne... ne Waffenkiste. Hat jemand ne Pick Gun? Ne, die hab ich grade für die Tür verbraucht. Wo ist das Ding? Dinger. Ah, da, da. Er rennt irgendwo da rum. Aber ich glaub wir müssen ja eh hier, hier hoch. Oh, da. Joe's down. Warte mal, wo war denn hier der Verbandskasten? Weiß nicht, auch unten in dieser Garage? Kann ich irgendwo... Ja, hier drüben. Hall ich ihn nochmal schnell. Da war mal ein Schuss. Sollte man machen, ne? Markier den immer, damit die anderen das... Hab ich, hab ich, hab ich. Aber Benin geht weiter. Ja, okay. Hier sind auch noch Tabletten unten. Ja, okay. Jetzt hat er schon weg. Ich hab zwei Tabletten. Ja, aber der andere nicht. Der hat ja schon Schaden. Ja, aber offensichtlich hat er keine Lust irgendwie auf... auf coole Sachen. Er hat nicht so Bock, ne? Nicht so Bock auf coole Schmeckel. Nicht so Bock auf Heilung. Nicht Geld. Munition wäre halt geil. Alter, was ist das denn für eine riesige Chipstüte hier drüben? Ja, das ist halt mal... Ja, das sind, äh, ne? Andere Maße. Amerikanischer Standard. Wobei wir Deutschen, was weltweite Chipstütenmaße angeht, auch schon relativ groß sind, ne? Man mag's kaum glauben. Aber wenn du so im Ausland, äh, jetzt außerhalb von Amerika Chips bestellst, so weiß ich nicht, Kanada, Australien, England und so, die haben alle so nur diese 30 Gramm Packungen, diese kleinen. Oh, das muss wehtun. Die sind einfach... Die sind einfach... Die sind einfach... Intilenta. Oh. Aufrücken. Entschuldigung. Oh, da sind wir schon wieder am Ende. Das ist ja schon wieder der Schutzraum. Hier soll mal Bandagen, mag irgendjemand Bandagen? Ne, ich hab Pillen. Pillen sind besser, die heilen von innen. Die sind nicht aus der Puste, als ich vorhin überholt hab. Hä? Weil wir was fräsen, ne? Ah, hier gibt's ja 700 Cashews. 700 Cashews? Man hat mir 700 Cashews gegeben. Alright. Getötete Infizierte. 173. Du findest irgendwie immer die besonderen aus irgendeinem Grund, ne? Ja, keine Ahnung. Insgesamt haben wir 395 gemacht. 17 Mutationen, äh, 7 Mutationen. Kupfer hab ich... Vorratspunkte hab ich 26 bekommen, hab ich jetzt wieder 91 anscheinend. Ja, die Vorratspunkte... Dieses Gold kannst du im Endeffekt ja ausgeben, während der Kampagne. Das kannst du verschleudern, ja. Das ist ja egal. Das hab ich ja schon gesagt. Ja, ja. Ja, das wusste ich halt gestern noch nicht. Das war mir nicht bewusst. Ich hatte immer... Spart das so, aber... Oh, Verderbniskarte. Viel über die Brücke von Evansburg nach... Ja, da kommt... Ah, toll. Das heißt, wir kriegen wieder Horde. Das heißt, wir kriegen wieder Horde. Und wenn wir keinen verlieren, dann kriegen wir 500 Kupfer obendrauf. Okay, wir haben ein Extra-Leben und plus 5 Gesundheit bekommen noch. Ansturmhalte und nach vorne... Guck mal, aber die Karten, die man sich so kauft, die hat man dann auch direkt drin, ne? Nehm ich aber ein Extra-Leben mit noch. Ich nehm ja jetzt Munitionskapazität mit, auf jeden Fall. Eben gerade war schon ziemlich dünn mit der Munition, muss ich schon sagen. Eben gerade habe ich schon ziemlich Munition gehungert. Nehme ich das hier mit? Nur noch über die Brücke. Zur Rush-Hour war hier die Hölle los. Einen Defi brauche ich nicht. Eine Pick-Gun könnte ich halt noch mitnehmen, ne? Ich nehme noch eine Pick-Gun mit. Ich hole jetzt mal ein Offensive-Pack. Ich nehme hier ein bisschen mehr Molotow schleppen. Und eine Munitionskiste nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Und dann bin ich schon wieder pleite. Ich spare mir noch ein bisschen. So Molotows finde ich ja meistens. Oh, er hat nochmal verbessert den Unterstützungsgegenstand. Das heißt, wir heilen jetzt richtig gut. Guck mal. Pänen sind jetzt auf blau, der Heilslot. Der ist doch geil, Mann. Der ist doch geil. Dann würde ich mal sagen, let's go. Wäre ich ein Spieler, was ich nicht bin? Hier liegt ne Tech-9. Falls die irgendjemand will. Die alte George Washington Bridge. Boah, da rennt sie schön ins Barbecue. Gleich wird es richtig ungemütlich. Oh, da kommen sie. Komm ausm Loch. Hinten von hinten. Hinten von hinten? Oh, flex sie hier. Meine Fresse ey. Alright, da kommt ja viel. Leute. Die kommen hier rein und looten, ne? Eine der unserer Leute, ist der down oder was ist der los bei dem? Da hinten ist so einer von diesen ganz großen Fettsos Holy Moly Ist das irgendwo Pillen oder sowas noch zu holen? Wie kannst du denn so viel Energie schon verloren haben? Bist du gerade erst rein? Ja weil da auf einmal so ein Fettsack kam, der gesagt hat ich will Spaß Da oben hier hoppelt der Typ die ganze Zeit Da kommt noch mehr runter gejumpt Achtung, wieder so ein Fettsack Alright, alright, alright Oh geil, hier ist erste Hilfe Defi liegt hier auch rum Kann ich damit jemanden schneller wiederbeleben oder für was ist der gut? Irgendjemand wird hier gerade gefingert Ich glaube, die ist auch schon ganz da vorne, meine Güte Ich glaube, der Defi ist zum, zum, wenn einer tot ist ihn wiederzuholen Also du meinst, wenn jemand komplett weg ist, kannst du ihn wiederholen Ja, jetzt könnten wir ihn gebrauchen Ich habe Quick Revive Haben wir noch erste Hilfe? War doch einer, ne? Ja, aber ich glaube, das ist ja nur dreimal reingreifen So viel hast du jetzt auch noch nicht verloren Ja, aber ich glaube, einmal geht der noch, weil ich habe, ne, ne, weil der andere, für den anderen Es wurde auf jeden Fall markiert Da, da, da Oh, jetzt werden wir aber ganz schön in die Zange genommen Ja, deswegen, weil das ist die Karte, die wir gezogen haben, glaube ich Wenn wir über die Brücke wollen, kommt die Horde Das heißt, wir können im Endeffekt jetzt nichts machen So ein bisschen auch noch unter der Brücke Da gibt es nämlich auch noch so viele Trucks und alles Da könnte auch noch Loot drin sein Also wenn Geld drin wäre, würde ich sehen Die alte Mom Die alte Mom Die alte Rauchermom Die richtige Flodders Mom, sage ich dir Ja, also in so einer Situation, weiß ich nicht Da würde ich mir über das Rauchen echt keine Gedanken mehr machen, ganz ehrlich Boah, da war ein Pill Ich kleb mir was auf meine Wunde Ich kleb mir was auf meine Wunde Boah, da kommen sie hoch Achtung Boah Da haben wir ein dicker hochgekrabbelt Oh, ein dicker Splitter Guck mal hier, das Geld im Truck habe ich gerochen Truck Geld, das riecht er immer Da kommt noch ein fetter Boah, der kotzt hier irgendwas hoch Nein, der kotzt da durch die Wand Ich kann ihn nicht Jetzt rennt er weg Oh, Keuli hinter dir, Junge Du musst die Augen schießen Wo sind denn die Augen? Okay, den dicken da unten habe ich auch zerlegt Mach doch hinter dir ist noch einer Jetzt kriegen wir schon nicht mehr den Bonus, weil die eine gestorben ist Ja, aber nee, sie ist hier nicht verloren Da, 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 bei dir, nebendran ist ein dicker Sie ist hier nicht verloren Da ist noch nichts Dinger Ich bin fast tot Ja, ich bin auch fast tot Aber ich hab noch Pills Alter, jetzt bist du umgeben von Fetten Bin down Oh Gott, warum sind die so viele fette auf einmal? Was geht bei euch? Auf einmal kamen die überall von der Seite rausgekrochen Okay, ich werde wieder belebt Uff Was ist denn diese blaue Energie? Im Energiebalken Achso, es füllt sich langsam, oder was? Blau heißt, dass du, ja Hier unten wird wieder einer genascht Was ist mit der? Die ist irgendwo unten und sitzt fest Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung, wo die runtergerannt ist Hier, hier geht's runter Hier Ich fahre wirklich Hilfe Eieieiei Finger weg Hatte schlimmere Insektenstiche Hatte schlimmere Insektenstiche Gibt's hier irgendwo einen Heilkasten oder sowas? Schau dich mal um jetzt Hier ist ne Waffe LMG Ist die gut? Wer LMG will Oh, der ist eins Ja, ich schau gerade aber Die laden mir immer Oh, 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 oh Auf seinen Fethals Das war so eine Spuck-Lady Oh, schneide mich los Achtung Sprenger Der Scheiß stinkt Ja Das glaube ich, dass der ganz schön müffelt Der ist halt Horde im Nacken, ne? Vielleicht sollten wir uns jetzt mal langsam sammeln Ich bin bei dir Ich bin direkt bei dir Da drüben ist noch Shotgun-Munny, falls jemand braucht Ne, ne, ich hab hier meinen Gerade Ich hör schon wieder ein Splitter irgendwo Das Dinger Oh, der jiggelt irgendwo rum Das Dinger da Wo ist ich Hopper? Wo ist ich Hopper? Oder Hocker Hinter mir, hinter mir Boah Okay, wir müssen hoch Wir müssen da hoch Wir müssen auf jeden Fall Irgendwas zum Heilen finden Wär echt geil Wenn wir irgendwo Bin ich, ich sitze da hinten alleine Schaut euch mal hinten um Weil hier liegt Geld rum Okay, hier ist nix Mal Geld Ei, 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 ei Hier sind wir gekommen, oder? Ja Vorsicht, Vorsicht Wir können hier noch einmal hoch Wir müssen hier hoch Das ist unsere Aufgabe hier hoch zu gehen Aber hier ist keine Heilung, oder? Ne, ich sag ja, die machen einem 3 HP Alter, was geht da drüben? Hab wie es Hier ist nichts Doch hier ein bisschen Shotgun-Munny Hier ist doch ein fetter Down Haltet die Positionen, bis alle da sind Willkommen auf der Party Heute ist mein Glückstag Vom Runter Was machst du da oben? Ich verstehe es nicht Ich wollte da noch in die Kabine Und ein Kuss auf Heilung ist Ich hätte ihn nur noch 3 HP So oder so wäre ich jetzt gestorben Ich helfe dir Danke vielmals Wird es so oder so nicht mehr überlebt? Na sieh mal einer Oh, geil, Bandagen Hat er doch Heilung, ja Oh Mann Ich bin doch kaum angekommen Zwei von euch bringen Sprengstoff aufs Boot Der Rest übernimmt von mir aus die Deckung Ich helfe auch Also zwei Ich hab Sprengstoff Zwei sollen hierbleiben Ja, aber das ist eigentlich keine geile Idee, finde ich Ja, aber er kann mit einem MG ballern die ganze Zeit Okay, ich hab das Zeug, soll ich rein? Ich hab auch Sprengstoff mitgenommen Na dann, let's go Dann gehen wir rein und versuchen da aufzuräumen Wir kommen am schnellsten runter Wahrscheinlich da, wo wir da drüben, ne? Ja, ja Achtung, jetzt wieder so ein fetter Bruiser Hab ihn Hab ihn Hab ihn Nicht wirklich viel Heilung Die anderen beiden kommen auch noch mit Wir müssen so schnell es geht runter Ja Und dann so schnell es geht halt wieder hoch Und dann jetzt ganz runter In Maschinenraum im Endeffekt Hier Engine Room Achtung, hier kommen noch ein paar kleine So, ich mach die erste Ladung ran Meine Ladung ist dran Die humpelt so Warum humpelt die so? Weil die kaum noch was hat Platziere den Sprenger Ja, du hast nämlich keinen, ne? Ich hab noch einen Nein, die Tussi Los, los! Okay Oh mein Gott Run, 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 run Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben Wo ist Zonk, Alter? Wo ist der? Der ist bei mir, wir sind schon oben Okay, okay Aber Zonk rumpelt Und Stinger erledigt Wir sind schon ganz oben Wir sind halt langsam Und ich hab keine Ausdauer mehr Ich muss Ausdauer tanken Über die Brücke, Mann, über die Brücke Ich geh ans MG Easy, 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 easy 20 Sekunden, easy Alter Zonk hat nichts mehr Ich hab kaum was Wenig hat auch nichts mehr Ja, aber das war's Da kommt nichts mehr Gott sei Dank Das meiste ist irgendwie Zerlegt worden da unten Halt drauf Mit Mg Oder? Achso Ja, das ist ja Kam ja nix groß Jetzt hier noch ein paar kleiner BAM 700, ja Nice Nice Auf zur nächsten Mission